Ein ganz, ganz schmaler Grat zwischen Openness und Determinierung. Auch dieses Resist, ein bisschen Widerstand, gehört auch dazu. Openness, Resist und Determinierung. Lauter Merkmale, an denen wir ohnehin schon, die ganze Zeit im Grunde genommen schon fast forschen mit den Projekten, die wir machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017